Hallo und herzlich willkommen bei Labre Reviews. Mein Name ist Lasse Vogt und heute schwingt Mulan erneut ihr Schwert im gleichnamigen Remake von Disney. Allgemein sollte inzwischen bekannt sein, dass ich kein allzu großer Freund der Disney-Live-Action-Remakes bin. Das Beste bisher fand ich tatsächlich Jon Favreau's The Jungle Book, welches tatsächlich die Elemente aus dem Buch und aus dem Original Zeichentrickfilm zu etwas verbindet, was definitiv ein visuelles, aber auch inhaltlich halbwegs interessantes Erlebnis war. Abgesehen davon absolut kein Freund von dieser Herangehensweise. Beauty and the Beast fand ich grauenvoll, was auch mit daran liegt, dass der Original Schöne und das Biest wahrscheinlich mein absoluter Liebling der Zeichentrick-Musicals der Disney-Renaissance ist. Dann haben wir Aladdin, was einfach nur eine müde Kopie des Originals ist und König der Löwen war mein meistgehasster Film 2019, aus Gründen, welche ich schon in vielen anderen Podcasts zum Ausdruck gebracht habe. Und so etwas wie Pete's Dragon zähle ich gar nicht mal als Remake, weil der Film eigentlich etwas vollkommen anderes ist und sich mit dem Original eigentlich nur einen Drachen und den Namen teilt. Und dementsprechend ist der Film auch umso besser, weil es eben etwas Neues ist, etwas Eigenes, was man sich losgelöst vom Original angucken kann. Denn allgemein sind diese Disney-Remakes auf eine besondere Art unglaublich zynisch, indem sie einfach diese Filme nochmal neu auflegen, als so eine Art Brand-Deposit, um sozusagen sich die wiederum weiter anzueignen und eben auch die Zuschauer bei ihrer Nostalgie zu packen. Ich glaube kaum, dass mit den meisten dieser Remakes Newcomer wirklich etwas anfangen könnten, die nicht vertraut sind mit den Originalfilmen. Und Leute, die die Remakes in Originalfilmen vorziehen, aber die Originalfilme gesehen haben, sind mir sowieso extrem suspekt. Und so etwas wie Cinderella habe ich gar nicht erst gesehen, falls mich nicht wirklich interessierte. Einigermaßen interessiert war ich jedoch am Remake von Mulan und das, obwohl ich ein großer Fan des Originalfilms von 1998 bin. Tatsächlich ist Mulan eine der allerersten Kinoerfahrungen, an die ich mich wirklich erinnere. Ich weiß noch, wie ich mit einer meiner Tanten in diesem Film war, als ich ungefähr sechs oder sieben war. Und entsprechend hat er mich geprägt. Er hat mich zum Schwerterfan gemacht und ich habe große, epische Sequenzen auf der großen Leinwand gesehen. Aber außerdem hat der Film auch unglaublich hübsche Comedy, eine gute Botschaft und, naja, auch einige sehr nette Nebencharaktere zu bieten. Die Armee, die dort ist, ist unfassbar unterhaltsam. Und auch heute lässt sich dieser Streifen einfach wunderbar gucken. Aber als ich gehört habe, dass sie diese Art von Remake von Mulan machen, dachte ich mir, daraus könnte man durchaus etwas anderes machen. Sondern schließlich basiert Mulan auf einem chinesischen Volksmärchen, auf echter Folklore. Und die Chinesen haben dem Original-Disney-Mulan nicht wirklich wohlwollend entgegengeblickt. Viele sehen es nicht als angemessene Repräsentation ihrer Kultur und dieser Geschichte. Es gibt auch mindestens eine andere Live-Action-Adaption von Mulan, welche aber, glaube ich, tatsächlich aus China stammt. Also mindestens eine. Ich glaube von 2009. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es müsste auf jeden Fall auch weitere Verarbeitung dieser Geschichte geben, da sie so unglaublich wichtig ist für das Land. Aber als ich dann gehört habe, Disney macht das so neu, dachte ich mir, daraus könnte man durchaus irgendwie etwas machen. Und am Regieruder sitzt die Neuseeländerin Niki Caro, welche zum Beispiel schon mit so etwas wie Rail Rider etwas Ähnliches gemacht hat. Und ein Film, der tief in die Philosophie von einer Kultur blickt und sie so ein bisschen irgendwie aufbricht für ein Geschlecht, welches dort innerhalb dieser Kultur nicht wirklich diesen Platz hatte, den sich die weibliche Hauptfigur erhofft. Und ich habe ein klein bisschen reingeguckt in ihren Film Die Frau des Zoo-Wärters, welchen ich nach ungefähr zehn Minuten abbrechen musste, weil das für mich einfach nach übelstem zynischen Oscar-Bait roch. Aber abgesehen davon hat sie hier und da einige erfolgreiche und gute Filme gemacht. Und ich war gespannt, was ich heraus machen könnte. Und im Vorfeld wurde der Film auch negativ politisch aufgeladen, dadurch, dass die Hauptdarstellerin etwas gesagt hat, was sie wirklich nicht hätte sagen sollen. Und dadurch schlug diesem Remake noch zusätzlich einiges an Hass entgegen. Und außerdem die Neuigkeiten, dass sie die Songnummern und den Charakter Mushu herausschneiden würden. Und damit wiederum hatte ich überhaupt kein Problem. Denn ich finde, ein Remake sollte sich entsprechend vom Original differenzieren. Denn sonst würde ihm jegliche Daseinsberechtigung fehlen. Ich will nicht wieder so einen Shot-für-Shot seelenlosen Nachbau haben, wie im Fall von König der Löwen. Und in gewissem Sinne auch Beauty and the Beast. Und genau das haben wir eben auch nicht gekriegt. Dieser Film ist um ein Vielfaches anders als das Original. Und er kriegt trotzdem sehr gemischte Stimmen ab. Kritiker allgemein sind relativ enthusiastisch über den Film, wie man auf verschiedenen Seiten sehen kann. Die allgemeine Zuschauerschaft nicht so wirklich. Einige bezeichnen es sogar als das allerschlimmste Disney-Remake ever. Und ich schätze mal die Leute, die das sagen, die wollen, dass ein Remake dann exakt so ist wie König der Löwen. Eben eine 1 zu 1 Kopie des Originals. Aber ich würde sagen, es zählt tatsächlich zu den etwas besseren Remakes. Ist der Film perfekt? Nein. Aber ich hatte doch tatsächlich eine gute Zeit, ihn zu schauen. Was dieser Film anders macht, ist, dass er die Comedy hinten anstellt. Es gibt hier und da so ein klein bisschen Leichtigkeit, die eingebaut wird. Aber das wird größtenteils in den Hintergrund gestellt. Hier, dieser Approach ist sehr viel ernsthafter und bringt auch Themen von eben Kultur und Philosophie mit ein. Und das wird direkt von Anfang an, wird uns gezeigt, inwiefern es anders ist. Denn Mulan wird direkt als ein Mädchen eingeführt, das sich gegen die Norm stellt, welches im Prinzip von ihrem Vater so ein bisschen trainiert wird in gewissem Sinne. Und dass sie ein sehr, sehr starkes Qi hat, diese besondere Kraft in sich, welche ihr dann aber von ihrem Vater angeraten wird, welche sie verstecken soll, welche sie tatsächlich unterdrücken soll, weil die Leute sie sonst als eine Hexe sehen würden, weil sie sonst Angst vor ihr haben könnten, weil das so einfach nicht gewöhnlich ist. Und so wird uns gleich eben von Anfang an etabliert, dass sie so ein bisschen dieser Freigeist ist, was nicht komplett im Original der Fall war. Dort war sie in gewissem Sinne fröhlich und ein bisschen careless, aber sie hatte definitiv nicht wirklich Interesse an Schwertkampf oder jetzt wirklich super wild herumzureiten. Da hatte sie, sie zeigte irgendwie so ein bisschen Einfallsreichtum und war so ein bisschen übermütig und ungeschickt. Und das spielt hier auch ein klein bisschen noch eine Rolle, aber sie legen doch sehr viel eher den Fokus auf Foreshadowing. Und das ist ein kleines Problem mit dem Film. Es kommt manchmal so ein bisschen zu Übererklärungen, wo wir das Voice-Over von dem Vater hören, welcher uns im Prinzip genau das erzählt, was wir gerade sehen. Und das wirkt so ein bisschen wie für, weiß nicht, für Dumme eingefügt, wo ich dachte, das ist nicht unbedingt notwendig. Aber ansonsten überzeugt der Film sofort durch eine sehr schöne Farbgebung. Es ist ein sehr heller, sehr bunter Film mit einigen wirklich schönen Shots. Und was sehr früh auffällt, ist, dass die Filmemacher hier einige Elemente von Vuxia einbauen. In dem Sinne, dass bestimmte Kampfszenen hier, jedenfalls von den Leuten, die das Qi verinnerlicht haben und beherrschen, dass dort halt die Schwerkraftsgesetze nicht wirklich gelten halt. Sie springen hoch und laufen an Wänden entlang und schwingen und wirbeln Stoffbahnen um sich herum, welche sie dann als Waffen benutzen können und so weiter und so fort. Also hier werden definitiv diese etwas outländischen, im wahrsten Sinne des Wortes, Elemente von dieser Kampfkunst in chinesischen Filmen dieser Art eingebaut. Und das wirkt teilweise halt ein bisschen halbherzig, wo sie nicht so vollkommen all out gehen. Aber diese Elemente sind definitiv hier, wo halt Leute dann Speere aus der Luft treten und noch andere seltsame Dinge tun hier und da. Und die Gegner können das von Anfang an. Wo hier ein bisschen die Dinge verschoben werden, sind bei den Schurken. Hier ist der Schurke nicht Shang Yu, sondern ein gewisser Böri Khan. Und dieser wiederum hat eine Hexe als Dienerin, welche sich in einen Falken verwandeln kann und für ihn teilweise halt auch die Drecksarbeit macht und die Gegner einschüchtert und so weiter. Und hier wird im Prinzip so ein bisschen der Konflikt personifiziert. Sie stellt im Prinzip das dar, was aus Mulan werden könnte, wenn sie den falschen Weg einschlägt. Und das wird teilweise angesprochen, aber es wird nicht hundertprozentig ausgelotet. So heißt das Wort, Entschuldigung. Und deshalb bleibt hier einiges auf der Strecke, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie viel da wirklich reingesteckt wurde im Drehbuch. Die Hexe hat definitiv ein cooles Design und ein paar nette Kampfszenen hier und da. Aber daraus hätte man doch einiges mehr machen können, dass die Konversationen zwischen ihr und Mulan zählen zu den etwas vorhersehbareren Szenen des Films. Aber halt ansonsten sind da die Schurken relativ blass leider, aber sie sollen im Prinzip eben nur diese große Bedrohung symbolisieren. Was hier wirklich im Fokus steht, ist eben Mulans Reise und Entwicklung. Und was hier die große Botschaft eben ist, dass wenn sie sich als Mann verkleidet und eben in diesem Kostüm steckt und so tut, als sei sie jemand anderes, kann sie das Qi nicht wirklich für ihre Zwecke verwenden. Und erst als sie diese Tarnung abstreift und vollkommen zu dem steht, was sie ist, dann kann sie ihr gesamtes Potenzial entfalten. Und dies ist definitiv kein zurückhaltender Symbolismus, aber es ist doch definitiv etwas, was funktioniert, was definitiv als eine gute oder doch zumindest solide Botschaft durchgehen kann, welche hier auch einigermaßen in Ordnung rübergebracht wird. Und die Soldaten sind hier nicht so unterhaltsame Sidekicks, wie sie es im Original waren, aber sie haben doch einige Szenen hier und da, sodass sie quasi die Gesichter der Armee darstellen. Dass man sich um sie kümmert, dass man nicht möchte, dass ihnen etwas Schlimmes passiert. Auch wenn ich glaube, dass ein paar mehr Szenen dem doch gut getan hätten, obwohl dieser Film knapp zwei Stunden geht, fühlt sich einiges doch etwas unterentwickelt an. Und dadurch, dass eben die Songs fehlen, hat man eben dann auch nicht diese super vergnüglichen Sequenzen, wo man halt so diese gewissen Bonding-Momente hat, das muss man alles zwischenschieben. Es gibt eine Trainingsmontage, welche aber natürlich dann nicht ganz so viel Spaß macht. Aber hier und da werden tatsächlich Elemente aus den alten Songs aufgegriffen. Gerade Honor to Us All wird kurz angespielt, kurz vor der Sequenz mit der Heiratsvermittlerin. Und der Song Reflection, welcher im Prinzip Mulans Selbstfindungs-Song war, wird ab und zu mal so als heroische Fanfare für sie benutzt. Und ansonsten glänzt der Score von Harry Greggs Williams durch ein wirklich schönes und berührendes und episches Hauptthema. Und er packt hier auch ordentlich seine Action-Jobs aus und liefert ab. Es ist ein wirklich, wirklich guter Score geworden. Und auf diesen hatte ich mich auch schon seit Monaten gefreut. Und bin sehr froh, dass ich endlich in den Genuss gekommen bin, diesen gehört zu haben. Auf schauspielerischer Ebene machen diese Schauspieler alle einen sehr guten Job. Halt, wir haben hier durch die Bank weg eben nicht-weiße Schauspieler, was ganz wundervoll ist für einen Mainstream-Disney-Film dieser Art. Ich meine, ja, es ist ein Remake von einem Original, was man schon irgendwie so kennt. Aber es ist doch ganz, ganz cool, diese Ästhetik nochmal zu sehen. Ich glaube nicht, alles hier ist hundertprozentig historisch akkurat. Wahrscheinlich haben sie sich hin und da bestimmte Elemente und Sachen rausgepickt, die ihnen gefallen haben. Und das dann so verwurschtelt in diese leichte Fantasy-Version von China, gut möglich. Ich weiß nicht, ob es halt hundertprozentig alles kulturell so in Ordnung ist, was sie hier zeigen und was sie sagen. Und es kommt natürlich auch ein bisschen komisch rüber, dass man diesen Film dann selbst im Original, dass sie dann Englisch sprechen. Aber höchstwahrscheinlich gibt es auch eine chinesische Version davon. Das hat halt so ein bisschen, und das hatte ich schon in einer anderen Review gesagt, das hat so ein bisschen dieses 47 Ronin-Feeling. Da war es eben Japan, aber da haben halt auch alle diese japanischen Schauspieler Englisch geredet, weil es ein amerikanischer Film war. Und da hatte man dann eben auch noch so ganz offensichtlich so einen Nachtrag reingeschnitten Keanu Reeves als den westlichen Star. Schwierige Kiste war das. Aber hier eben hat man das nicht. Hier ist eben das Zugeständnis an das westliche Publikum, dass es nicht so vollkommen in diese Kultur eingetaucht ist, dass diese Elemente dann doch eher oberflächlich bleiben und diese Geschichte universell ist, auf eine Art und Weise, wie sie eben dann für viele zugänglich sein kann. Und entsprechend haben die da, glaube ich, dann eigentlich einen sehr cleveren Job gemacht aus finanzieller Sicht. Ich meine, dieser Film hätte schon vor mehreren Monaten ins Kino kommen sollen und Covid-19 hat uns da einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt eben haben wir das hier auf Disney Plus offiziell für alle Disney Plus Abonnenten im Dezember. Aber man kann ihn sich jetzt schon holen als für so ein VIP-Ticket für knapp 21 Euro. Und einige haben es gemacht. Ich habe mich mit drei Freundinnen zusammengetan und ihn gesehen, sodass jeder von uns nur einen kleinen Beitrag zahlen musste, was ziemlich gut war. Und dann eben zugleich konnte man zusammen diesen Film gucken und sich daran erfreuen. Und ich schätze mal, das wäre auch so ein guter Plan, anstatt dass man eben mit der Familie ins Kino ginge und dann ungleich mehr bezahlen müsste. Ich glaube, ich würde sich das dann hier tatsächlich rechnen. Aber die Art und Weise, wie der Film aussieht, merkt man, dass er für die große Leinwand konzipiert ist. Ich weiß nicht, ob er auch einen 3D-Release hätte haben sollen, aber ich konnte mir gut vorstellen, dass sie darauf abgezielt haben hier und da. Es ist, wie gesagt, es ist sehr hell, es ist sehr bunt. Die Kampf-Szenen sind nicht zu unübersichtlich. Es ist natürlich definitiv schneller geschnitten als ein Film, der von Chinesen gemacht worden wäre. Aber man kann trotzdem sehen, was passiert. Sie haben hier einige coole Kamera-Moves, mit der sie uns ein bisschen mehr noch in die Action treiben. Sie lassen sich hier einige tolle visuelle Spielereien einfallen. Und über allem schwebt natürlich die tolle Musik, welche dann nochmal zusätzlich hilft. Und insgesamt, ja, hat man eben all diese charismatischen Darsteller, unter anderem eben auch Jet Li und Donnie Yen. Und Yifei Liu, ich hoffe, so spricht man sie richtig aus, macht einen soliden Job in der Hauptrolle. Hier und da hat sie ein paar von diesen Levity-Szenen definitiv, wo es halt durchaus ein bisschen Comedy gibt. Aber man sieht, dass sie diese Rolle sehr ernst nimmt und sie passt sehr gut auf diesen Part. Und sie liefert das alles wirklich solide runter. Und auch auf eine Art und Weise, wo man am Schluss sogar ein bisschen emotional mitgerissen wird. Und insgesamt kann ich sonst wirklich nicht allzu viel zu diesem Film sagen, außer, dass er mir tatsächlich gefallen hat. Ist er so gut wie das Original? Nein, definitiv nicht. Dieser hier hat weniger Persönlichkeit, eben dadurch, dass die humorvollen Stellen wegfallen und dass man eben nicht diese besonderen Elemente hat, die man in einem Animationsfilm haben könnte. Tatsächlich fühlte sich der Animationsfilm in vielerlei Hinsicht etwas epischer an. Wenn man da diese große Szene hat, wo die Hunde den Berg runterreiten und dann kommt die Lawine und all das. Das ist heute noch unfassbar beeindruckend anzusehen. Und hier, obwohl das ein durchaus teurer Film war, wirkt es ab und zu ein bisschen klein und billig. Hier und da gibt es einige fragwürdige CGI-Shorts definitiv. Das Finale ist ein bisschen, ich weiß nicht, findet auf eine Art und Weise statt, die nicht unbedingt visuell interessant ist. Und es gibt sogar, obwohl es hier und da gewisse Callbacks gibt zum Remake, gerade eben auch mit der Lawine, das ist hier leider wirklich lange nicht so beeindruckend und eben auch ein bisschen langsamer. Aber lustigerweise tun eben die Leute, die hier vom Chi erfüllt sind, sehr viel übertriebenere Sachen als sie es im Animationsfilm getan haben. Aber dennoch, im Animationsfilm kommt man mit viel mehr davon. Mit viel mehr physischer Comedy, man kann alles sehr viel schneller machen und man hat eben auch dann doch ein paar mehr Möglichkeiten für gewisse Kameramoves und Effekte. Und gerade was die Hauptstadt, eben dann die Kaiserstadt angeht, man sieht kaum Leute in dieser Stadt. Man hat irgendwie so einen sweepigen CGI-Shot und dann hat man aber irgendwie in den näheren Einstellungen, wenn man in den Straßen, das hat man da kaum Menschen. Und im Finale sind alle Menschen halt auch vollkommen verschwunden und man denkt sich, wo sind alle? Es fühlt sich irgendwie ein bisschen leer an alles. Wo dann so etwas wie The Great Wall vor ein paar Jahren fühlte sich da doch schon sehr viel epischer an, wo sie irgendwie hunderte von Komparsen hatten dort und Rüstungen, die da rumrannten und so. Und hatte man diese gigantische Armee von Monstern, gegen die sie gekämpft haben. Und das war auch extrem übertrieben. Aber man hat da definitiv irgendwie sehr viel mehr noch das Budget gesehen und diese sehr, sehr übertriebenen Dinge, die sie dort gemacht haben. Und sie sind mit einiges mehr in Härte davon gekommen. Denn hier ist die Härte. Es ist nicht ganz so heftig wie so etwas in Flute Karibik oder Prince of Persia. An letzteres hat mich dieser Film hier und da auch erinnert. Sogar musikalisch. Aber dort hatte man noch so ein bisschen mehr Wucht in den Kampfszenen. Hier ist es definitiv in Ordnung. Also es hat einige schöne Dinge hier und da. Aber man hätte sich vielleicht doch so ein bisschen mehr trauen können. Ich glaube sogar tatsächlich das Original hat sich da mehr getraut. Ja, aber trotz so kleiner Mankos, die ich hier und da genannt habe, muss ich sagen, mir gefiel dieser Film. Also ich bin mit offenem Herzen herangegangen, weil ich auch keine reine Kopie des Originals wollte. Und obwohl ich das Original sehr mag, war ich offen dafür, einen anderen Take von dieser Geschichte zu sehen. Eine andere Version. Wie könnte man das vielleicht sonst noch irgendwie rüberbringen, diese Story, auf eine ähnliche Art und Weise? Und ja, die Story ist immer noch da. Sie ist immer noch wirkungsvoll. Aber eben der Approach, die Herangehensweise, ist anders. Und das habe ich begrüßt. Für mich hat es tatsächlich funktioniert. Es ist ein bisschen blasser als das Original. Es hat weniger Persönlichkeit. Aber ich war doch tatsächlich durchaus unterhalten und am Schluss sogar ein bisschen berührt von all diesem Zeug. Lohnt es, jetzt fragt sich natürlich, lohnt es sich für euch dann noch das extra Geld zu blechen, wenn ihr Disney Plus besitzt, um den zu gucken? Wenn ihr euch mit ein paar Freunden zusammentut, die interessiert sind, ja. Ich würde sagen, ja. Wenn ihr alleine seid und einfach neugierig seid, dann würde ich sagen, wartet noch ein paar Monate, wenn ihr sowieso das Abo habt. Ihr verpasst nicht sehr viel, wenn ihr einfach noch ein kleines bisschen wartet. Und dann könnt ihr ihn im Dezember gucken. Ja, und dann könnt ihr euch daran so erfreuen, allein. Aber ich würde tatsächlich sagen, wenn ihr jetzt wirklich gucken wollt und ein paar Freunde habt, die es auch gerne gucken wollen, legt einfach zusammen. und guckt es auf einem der Disney Plus Accounts. Und ich denke mal, dann macht ihr so nichts falsch. Aber ja, das ist tatsächlich meine kleine bescheidene Meinung zu Mulde an. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Ich weiß, vielleicht bin ich in der Minderheit, um euch zu sagen, dass dieser Film tatsächlich relativ gut ist. Kein Meisterwerk. Aber ich fand ihn doch, ja, wirklich guckbar und in Ordnung. Und mir hat er gefallen. Aber naja, das ist nur meine kleine Meinung. Wer weiß, wie ihr dabei denkt. Aber ich würde sagen, hört euch definitiv den Soundtrack an, welcher euch nochmal extra in diese Welt, in diese Geschichte katapultiert. Auf eine Art und Weise, wie es nicht viele Filmscores tun heutzutage. Ich finde es schade, dass man das so nicht im Kino sehen konnte. Aber ich konnte es auf einem vergleichsweise großen Fernseher sehen. Und das hatte durchaus etwas für sich, mit ein paar Freunden zusammenzukommen und denen so zu gucken. Für sehr viel weniger Geld, als ich für eine Kinokarte ausgegeben habe. Mal so gesagt, ist es doch gar nicht so schlecht. Jawohl, das war meine Meinung. Ich hoffe, sie war einigermaßen hilfreich. Das waren die Laboreviews. Und ich wünsche euch, wie immer, viel Spaß im Kino. Aber diesmal nicht im Kino, sondern einfach mit den Filmen. Bis dann.